Ja, na, hast du jetzt? Ich muss Pipi! Geh mir schnell nach Hause an. Einen schönen Tag, wenn ich noch kippen wollte. Die Männer, die sind jetzt getrunken, gehen heimlich. Ich denke, die dürfen nicht getrunken. Unheimlich? Nein, noch einige dürfen nicht. Nur die getrunken habe ich dann getrunken. Und wir freuen uns auf eurem nächsten Video sehen, wie ihr bei einem Update-Konzert oder so. Und wir schauen, ob ihr das noch kommt.